Servus, grüß dich und herzlich willkommen im DiarWolf20 in der Minecraft Version 1.12 mit Bertin Volperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und du schaust, wie ich hier so langsam, aber sicher, mehr langsam als sicher vor mich hin progresse. Ich wollte es gerade loslaufen nach einer Kürbissuche, bin hier, das ist mein Berg, gerade mal hier oben habe ich gedacht, oh guck mal das da hinten, das schaut aus wie ein Dorf. Und da wollte ich jetzt nicht einfach hinlaufen und dann so, ohne dich auf jeden Fall. Ich wollte es, dass wir das gemeinsam entdecken, weil ich meine, entdecken so ein Blödsinn gehört ja auch mit dazu hier, ne. So, wir gucken mal, dass wir hier einigermaßen die Richtung uns einigermaßen abschießen und dann den Rest. Das ist ein kleines Dorf. Okay, das war jetzt, oh, na, upsie. Das hätte mal ein Dorf werden sollen. Na, okay, das war jetzt, aber schau mal. Hallo, da ist ja sogar einer. Ja, guten Tag. Du nimmst 22 Wolle für ein Dingens? Oh ja, gut zu wissen. Wiederschauen. Das ist super. Okay, so viel zum kleinen Dorf. Oh Mann. Tja. Ich hätte mal jetzt etwas mehr erhofft, aber mein Gott. So, so kann man sich irren. Aber wenn wir schon gerade da sind und weil ich es gerade sehe und wenn es nur ist, um den Moff zu ärgern, Aquarine Charts nehmen wir auch gerne mal mit. So. Ja, ich hätte es gemeint, das wäre so eine super tolle Entdeckung. Naja, okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es mir eigentlich auch sparen können, ne. Aber egal, wir suchen Kürbisse, um einen Snow Golem zu basteln. Damit wir immer und ewig... Und ich habe keinen Schlafsack, weil es keinen Schlafsack gibt hier. Ah, ja, schwierig. Okay. Aber wieso habe ich denn überhaupt keine Kürbisse? Ich habe doch keinen Kürbis entdeckt hier. Mordet Minecraft ohne Kürbisse? Das ist schon mal ganz was Merkwürdiges. Hatten wir schon mal Kürbisse irgendwo? Also Bienen. Bienen braucht ja auch kein Mensch. Ja, mal ein bisschen durch die Gegend fliegen hier, ne. Mal kurz darauf. Das heißt, wir sind mitten in der Nacht unterwegs. Ja, das war ja ein geiles Dorf. Hallo, was bist du denn? Ein Lama. Ja, guten Tag, spuckst du mich jetzt an? Grüß Gott. Du machst komische Geräusche. Ein Lama. Sauber. Bienen, Bienen, Bienen. Überall nur Bienen. Bienen, die in der Nacht auch nicht schlafen. Ja, und da sind die Viecher. Wie schön, ich freue mich. Da hinten ist auch nochmal Estes. Ein Sorcery-Tempel. Ein Astral-Sorcery-Tempel. Waren wir bei dem schon? Guten Tag, Herr Creeper. Ach, ich sprüttel hier nicht rum. Weiße Pferde. Kürbisse. Aber erstmal machen wir dich hier platt, auch wenn du mich gerade überhaupt ignoriert hast. Pumpkins. Wie cool. Nehmen wir gleich mal alle mit. Der kann man immer brauchen. Braucht man nur noch Melonen oder so einen Scheiß. Oh man Leute, hier geht es ja zu. Da waren wir aber auch noch nicht bei dem hier. Den kenne ich ja auch noch gar nicht. Ich muss mich mal kurz auf dem Baum verstecken. Sorry dafür. Hallo Leute. Kann ich euch irgendwie dazu bringen, dass ihr euch gegenseitig anschießt? Schau mal, ein Villager-Zombie. Und das sind weiße Pferde. Oh man, schön. Das ist mal mitten drin in der Nacht. Das ist blöd. Und da ist ein Creeper. Holt mich doch. Holt mich doch. Lalalalalala. Ich will jetzt den Astral- Nein, nein. Ah, Hirsch. Ein Zombie-Villager. Du nervt mich nicht. Du nervt mich auch nicht. Denn es sind noch mehr Skelette. Hier ist auch noch einer. Guten Tag. Ach, wo kommst du denn her? Ah, Tiere, Skelette. Schlimme Gegend und weiße Pferde. Und schwarze Botania-Blumen. Und noch so ein depperter Creeper. Was denn? Ah. So, jetzt. Der Creeper, der nervt auch ein bisschen rum. Nein, nein. Du explodierst mich hier nicht. Wenn hier einer zerstört, bin ich das. Weil ich suche die Kiste. Da ist sie. Nehmen wir mal alles mit. Was wir haben, das haben wir. Und weil wir schon gerade da sind, nehmen wir die hier auch mit. Und dann haben wir ja unseren Pumpkin und jetzt fliegen wir wieder heim. Weil ich jetzt nur wüsste, wo der Heim ist. Moment mal. Journey Map Waypoints Home On Da hinten ist heim. Okay. Ach, da oben ist mein Dorf. Okay, okay. Uh, Enderman. Na gut, ich habe Enderperlen. Das reicht mir erstmal. Ah, und da ist meine Brücke, die ich gebaut habe. Wobei man Pferde schubsen kann, was ich gehört habe. Das wusste ich damals nicht. So. Da sind wir eh schon wieder daheim. Schau, ging doch schnell. Sehr gut. Und wir haben alles, was wir brauchen. Das ist noch viel, viel besser. Okay, und da... So, super. Erstmal schlafen. Okay, Kürbis haben wir. Das mit dem Dorf, das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Aber ja, mei. Worldgenblödeln. So, wir schalten den Waypoint wieder aus. So, jetzt muss ich mal schnell gucken, wie braucht man denn eine Floating? Floating Blume ist... Pasture Seed. Und Pasture Seed ist einfach Gras da hineingeschmissen. Okay. Ich brauche nämlich jetzt eine Floating Blume von Botania und... Und da ist eine Schere. Und irgendwie habe ich schon wieder hier ein Zeug dabei. So, Strings dürfen mal da rein. Monster Drops. Monster Drops. Das darf auch da rein. Das darf rein. Das darf rein. Das darf rein. Astral Sousary Gedönsee. Das tun wir mal hier rein. Zeheneier. Wo sind denn die herkommen? Die tun wir mal da hin. Da haben wir noch so ein Marble, Marble Barbel. Hier rein. Okay, aufgeräumt ist. Einigermaßen. Grasbüschel. Grasbüschel. Oh, da ist aber nicht viel Mana drin. Hester Seed. Gut. Kohle. Ich brauche noch ein bisschen Mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ich habe alle genommen. Ich bin wirklich aufgepasst hier. 1, 2, 3, 4, 5 haben wir dann. Schmeißen wir es dann mal auf den Kohle. Ich muss. Du bist auf desktop programmiert, gell? Ach, dann komm. Da fress es, meine Lieben. Hier. Papa hat euch Futter mitgebracht. Na komm. Super. Brauchen wir nämlich gleich. Glaube ich, weiß ich nicht genau. So, ich brauche dann noch einen Dört. Dört, passt. Einen Dört. Davon haben wir ja auch genug rumliegen. Dört. So, und dann brauche ich meine Daisy. Komm mit. Dann haben wir jetzt eine Floating Daisy draus. Einfach aus dem Grund. Damit wir so, das, das und das. Kann ich aus der Pure Daisy keine Floating machen? Ich müsste doch eine Floating Pure Daisy machen können, oder? Ach nein, ich muss erst die normale Floating machen und dann kann ich die da drauf tun. Ich glaube, so war das. Floating White Flower. Ich brauche, ach, ich brauche eine Glimmer Ring. Äh. Alles klar. Machen wir es mit der schwarzen, weil wir die gerade gefunden haben. Stimmt, ich brauche halt auch eine Glimmer Ring. So, ähm, Clowstone. 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 Zwei Stück, jawohl. Jetzt, das geht's. So, du, du und du gibst eine Floating, eine Floating und die Pure Daisy gibt eine Floating Pure Daisy. So war das genau. Floating Pure Daisy einfach deswegen, damit sie uns vom Wasser nicht weggeschwemmt wird, weil wir machen jetzt, wo macht man das? Am dümmsten. Dann können wir eigentlich hier unten. Schnell machen, hier die Floating Daisy rein. Einmalchen habe ich auch. Das ist natürlich so Unfug. Totaler Quatsch. Das muss schon ein Nehmer, 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 Nehmer. Couples down und schnell was gefuttert, damit die Herzen wieder generieren. Ich brauche da natürlich, komm mal her, da du, Teil, ähm, Couples down. Mein Gott, hey, ich bin so, overfilled, das ist nicht schön, so zamp, zamp, zamp. Genau, so muss das ausschauen. Dann setzen wir die Daisy hier rein. Und Wasser haben wir auch da. So, und das spakelt jetzt schön vor sich hin. Und was nämlich jetzt hier rauskommt, das ist eine Möglichkeit Schnee zu machen. Ich sollte mir jetzt dann eigentlich acht Schneeblöcke rauskommen, wenn ich Glück habe. Und ich Pech habe nicht. Es kommt, wir werden fertig. Neh, das funktioniert schon. Und deswegen eben die Floating, weil sonst, ja, Wasser würde sich wieder wegschwemmen, neh. Könnte man eigentlich auch, na, wir machen es jetzt mit dem Golem. Deswegen haben wir extra hier die Kürbisse. Cool, cool, es wird fertig, meine Herren, du. Schaufel habe ich auch. Also, wenn man drauf wartet, dauert es immer ewig, oder? Ist ja verrückt. Ich könnte eigentlich hier auch nochmal drei so Steine reinmachen. Ja, hier kommt der erste Schnee. Jawohl. Und was ist jetzt mit dem da in der... Was ist denn neu hier? Hallo? Spackelst, spackelst doch auch noch vor euch hin. Ich kann natürlich jetzt auch das erstmal so machen. Ich habe erstmal genug Schnee, das reicht mir doch. So, dann machen wir hier zwei solche draus. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass uns die Aki-Handeln immer abhaut. Wir könnten den tatsächlich... Ich weiß nicht, der soll ja auch nicht irgendwo voll regnen darf sein, aber auch nicht. So ein Golem ist ja auch nicht immer gerade der leichteste zum Handhaben. Den stellen wir jetzt mal da rein. Hier ist es doch schön. Da kriegt er hier so ein Ding ins Kirchen hin. Eins, zwei, drei. Zäune. Ich brauche Zäune. Der ist doch nur drei hoch, oder? Habe ich keine Zäune mehr? Habe ich die alle verbraten? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe keine Zäune mehr. Doch, da oben. Tausende davon habe ich. Ich würde gerade sagen, ich habe so viel Zäune gemacht. Jetzt... Der ist zwei hoch oder drei hoch. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber wenn ich jetzt hier so einen Zaun... Das ist, wenn ich den erstmal bauen tue, oder? Bauen tue. Nein, dich will ich da unten drin behalten. Du musst nämlich immer noch richten. Wir können ja mal so... Hier so einen Zaun hinmachen. So können wir ja mal einen Zaun hinmachen. Und dann setzen wir hier den Golem rein, oder? Den Snow Golem. Bitte schön. Bitte schön. Und bitte schön. So, und dann solltest du doch eigentlich... Mir, wenn ich jetzt hier noch... Du bleibst jetzt da schön drin, oder? Wenn ich meine Zäune noch schnell finde. Zup. So. Oder macht der nur auf... Der macht nur auf Erde, oder? Ah, der macht doch nur auf Erde. Wolle. Jetzt wird es Zeit für einen Exchanger. Aus lauter Dummheit einen Exchanger bauen. Exchanger. Let's Down Exchanger. Der ist ja erstmal gut genug für uns. Der braucht Let's Down. Der braucht einen Thermal Expansion Exchanger. Core. Resonant Ender Bucket. Hey, die Witzka. Vier Ender Perlen, oder? Eine Ender Perle. Ja, genau. Oh, Mann. Coppergear ist kein Thema. Let kein Thema. Okay, dann machen wir doch den schnell. Weil ich glaube nämlich, wenn ich den jetzt... Ich kann das nicht... Doch, ich könnte das hier austauschen. Ach, das machen wir so. Ich habe keine Lust, das Ding zu bauen. So, jetzt gehst du da rüber. Machst aber auch keinen Schnee. Warum machst du keinen Schnee? Wenn ich dich hau, das ist nicht gut. Nein, ich wollte dich nicht hauen. Entschuldigung. Das war keine Absicht. So. Geh doch mal da rüber. Machen Golems keinen Schnee mehr? Oder machen die nur Schnee auf Wiese? Ne, so. Klank. Eingesperrt ist er. Da passiert ihm ja auch nichts. Aber ich dachte, dass die hier Schnee machen. Hm. Na okay, dann eben kein Schnee vom Golem. Vielleicht passiert es ja noch. Oder vielleicht weiß ja einer von euch, was ich falsch gemacht habe. Ich dachte, so macht mal... Dings. Okay. Alles umsonst gemacht. Was habe ich hier? Block of Coal. Achso, ja. Ja, erstmal wieder alles da reinschmeißen. Latsaun kommt wieder dahinter. Warum machst du keinen Schnee? Hä? Du. Hallo. Ich dachte, ihr macht Schnee. Ich dachte, ihr Golems machen sowas. Hm? Nein, machen sie nicht. Warum nicht? Ja, es tut mir leid, dass ich dich gehauen habe. Mach einfach Schnee. Hm. Macht er nicht. Tja. Ist es ihm hier zu warm? Nee, eigentlich auch nicht, oder? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber er macht es nicht. Ich kann ja mal alles... austauschen, auch wenn er nur auf dem einen rumsteht, eigentlich. So, hier. Kriegst ein bisschen Erde. Macht aber keinen Schnee. Strange. Hm. Oder ich hätte ihn so gerne einfach so abgebaut, den Schnee, aber... Ist nicht. Naja. Macht doch Schnee. Macht er nicht. Aber wir haben ja auch so Schnee. Ich meine, wir können ja da unten nochmal Schnee holen. Ja, siehst du mal, macht es jetzt doch komplett, wenn man ihr lang genug Zeit lässt. Dann mache ich hier einfach nochmal Schnee. So, da, da, da. Okay. Dann doch auf die Art, wenn du nicht magst. Ich kann mir auch anders helfen, ich kann mir auch anders helfen, so ist es, genau. Okay. So, das kommt jetzt nur aus. Ein... Ein... Da hinein. Da hinein. Eine Schneekugel. Da hinein. Und? Ach, der braucht lang. Und? Nein. Ähm. Du brauchst mehr als ein Redstone. Wie viel genau? Bliss. Du brauchst zwei. Ha. Zwei braucht er. Okay, zwei. Dann gibt es so ein Bliss-Gedöns. Dann können wir ein Cryothium-Dust basteln. Nein, zwei sogar. Das reicht bei erstmal für Signal um Upgrade. Das kriegen wir jetzt noch ganz schnell hin in der Folge. Ganz schnell. Nachdem wir ein bisschen rumgeblödelt haben, wie immer. Bliss Powder. Hammer. So, Bliss Powder und dann brauche ich... Nita. What? Wo kriege ich denn Nita her? Eieieieiei. Ernsthaft? Nur, indem ich irgendwie Sand... Sandstone... Pulverisiere. Ah, das ist ja blöd. Ah, hat mir wieder keiner gesagt, sowas. So, wofür habe ich meinen ganzen Sand hin? Den habe ich wieder zu Glas verarbeitet? Nein. Ähm, Sand. Hallo? Sand? Hatte ich nicht. Äh. Terracotta. Geht das auch? Nee. Also, Nita kriege ich nur aus Sand raus, oder? Aus Sandstone besser gesagt. Egal welchen Sandstone, egal was Sandstone. Und ich habe wieder keinen Sand mehr. Warum habe ich den schon wieder... Habe ich denn... In der letzten Folge keinen abgebaut? Habe ich den hier rein? Nehmen wir den Sand? Okay, wir nehmen mal den Sand. Wir nehmen mal 20 Stück davon. Gehen wir wahrscheinlich jetzt die Folge doch nicht mehr hin. Machen wir Sandstone draus. Das schicken wir doch den Pulveriser. Ja, das ist albern, ich weiß. Dann kriegen wir wieder Sand raus. Und wir kriegen hoffentlich Nita. Wir kriegen doch Nita aus Sandstone, oder? Ah, mit 20% Chance. Das ist natürlich schon auch wenig. Aber egal was man da... Sandstone gibt sogar 40%. Schau her. Ah, ein Nita. Wie schön. Okay, wir haben den Nita. Was brauchen wir noch? Ein Schneeball und ein Redstone. Ja, den haben wir ja auch da. Und ein Redstone. Und wir haben zwei Kryothium... 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 Na, Quatsch. Upgrade. Zamp, zamp. Signalum Upgrade. Wir haben die zwei. Wir müssen noch vier Signalum Ingots basteln. War ja Signalum Dust. Da haben wir aber auch... Ah, nur noch drei. Ernsthaft. Und Elektrum? Gar keins. Oh, oh, oh. Schlecht vorbereitet, Mr... Okay, Signalum war wieder... Was? Nein, das war jetzt falsch. Total falsch. Signalum war... Drei Kupfer. Eins Silber. Und ein Redstone Bucket. Also eins, zwei, drei, vier von dir. Ne, mehr. Zehn. Zehn, ne? Zehn. Ja, eins gibt hundert. Ein Redstone Bucket. So, Signalum. Dann... Den machen wir. Silber und drei Kupfer waren das. Eins, zwei, drei. Kupfer und ein Silber. Hopsa. Oder haben wir auch schon einmal... Nein, halt jetzt den Ductionsmelter. Den da brauchen wir bitte. Zap. Und wir haben noch einen Niter bekommen. Ne, das da. Nein, nein. Das da. Mann. Und wo ist mein Silberling? Da ist mein Silberingot. Und ich bin schon wieder voll. So, erstmal alles weg. Und die drei hole ich mal wieder. Ein Elektrum muss ich noch schnell schnitzen. Da brauche ich nochmal ein Silber und ein Gold. Machen wir das schnell. Ein Gold und ein Silber. Achso, das andere Silber habe ich ja gerade wieder weggepackt. Ich hält beim Aufräumen. So, du Silber da rein. Du hier raus. Das könnte man schon wieder da rüberlegen. Hui, das ist aber jetzt hier. Wird es aber hektisch. So, da sind zehn drinnen. Dann gibt es ein Eimerchen. Sehr gut. Du kommst da hin. Ich brauche noch den Silberdust. Nein, Silberdust gibt dich. Genau. Und dann brauche ich zwei Sand dazu. Eins, zwei. Da sind die hier. Dann die zwei Santa rein. Und die vier. Ich brauche erstmal nur eins. Das geht ja eigentlich schnell bei denen. Den habe ich. Du bist ein Basic und bist so schnell. Okay. Okay. Signal um Upgrade. Ich brauche ein Elektrum hier. Da reichen mir natürlich zwei Elektrum nicht. Ich will das jetzt noch haben. Ganz einfach. Ich will das jetzt noch haben. Und damit beenden wir dann die Folge, wenn ich es habe. So, zwei Elektrum. Ne, ein Elektrum Gear war das, oder? Ein Elektrum. Da hier ein Elektrum Gear. Genau. Das heißt, ich brauche eigentlich nur ein Eisen. Ein Elektrum Gear gebaut. Das kommt in die Mitte. Dann vier Signal um außen rum. Und unsere zwei Kryothium Dusts und Bang, Signal um Upgrade. Sehr gut. Naja, ganz schnell aufwendig. Und das hauen wir jetzt da drauf. Paff. Und wie viel kannst du jetzt? 100 RF. Das ist doch schon mal eine Ansage. Und Resonant Upgrade. Enderium Ingot wäre... Enderium Blend. End, das ist Led mit Platinum. Resonant Ender wäre kein Thema, aber Platinum. Also ich glaube, das können wir knicken. Und die Pyrethium Dust, die... Wird man hinkriegen, theoretisch. Platinum. Ich habe kein Platinum. Ne. Habe ich Platinum irgendwo? Hier nicht. Da schaut... Was bist du? Du bist ein Silber. Warum ist da noch Silber drin? Und ein Zinn ist auch noch drin. So ein Quatsch mit Soße. Pulverized Led haben wir hier. Inva. Bronze. Constantin. Aluminum. Oh Mann. Platinum. Platinum kriegt man. Aus... Gold normal, oder? Wo kriege ich Platinum Dust her? Das interessiert mich so auf die Stelle. Du bist ein Luminum-Gier. Luminum ist... Okay, das wäre auch noch machbar. Also das ist echt... Es hängt am Platinum. Nein, da, hier. Nein, da. Wo ist es denn jetzt? Pulverreis Platinum. Pulverreis Platinum kriege ich aus... aus... Bienen. Platinum Ohr. Habe ich noch keins gefunden. Beim Crafting von... Nein. Warte mal. Beim Pulverreisen von... Nickel. Und Iridium. Nickel. Ah, du müsstest aber doch fast schon Platinum haben, oder? Aber ich habe keins. Oder was ist das da? Was bist du? Platinum. Ich habe drei Stück. Okay, ich habe Platinum. Alles klar. Dann könnte man das theoretisch machen. Was bist denn du? Gelorium. Okay. Dann könnte man das theoretisch machen, dass man die noch weiter upgradet. Aber das ist dann das höchste der Gefühle. Das ist eine ziemlich blöde Arbeit. Ich glaube, das mache ich einfach off-cam, ne? Die Rezepte habe ich ja kurz gezeigt. Dann mache ich das Signal um das Resonant Upgrade Kit. Das mache ich dann alleine. Luminum, hier, ne? Mit... Dreimal Silber, einmal... Dreimal Zinn, einmal Silber und Energize Clothstone. Das ist einfach mal tausend solche. Und das kommt aus... Vier Clothstone. Das ist also auch kein Akt. Genau. Also, Luminum kein Thema. Enderium kein Thema. Pyrothium. Sulfur sollte man irgendwo rumliegen haben. Hier, Sulfur. Vier Stück. Das reicht gerade so. Nein, das brauche ich gar nicht. Ich brauche zwei Stück. Das passt. Zwei davon. Ich brauche eigentlich nur eins davon. Ja, genau. Also, das würde ich auch hinkriegen. Ich baue das da mal. Also, Crushed Coal ist ja auch kein Thema. Wenn man pulverisiert die Kohle, machen wir ja da hinten auch schon zur Genüge oder Hammer gemacht. Dürfte aber kein übrig sein. Genau. Passt. Genau. Dann baue ich das Signal um ein Upgrade und haue das hier drauf. Und dann sollte die nämlich so weit ausgereizt sein, dass die schon mal ganz viel bringt. Und dann können wir beim nächsten Mal mit anderen Sachen weitermachen. Weil das ist eine ganze Folge, das zu kraften. Und das macht keinen Sinn. Genau. Und ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon längst rum. 30 Minuten. Wow. Mal wieder eine lange Folge geworden. Macht aber nichts. Macht gar nichts. Sulfur. Haben wir mehr als genug davon abgesehen. Da kommt er her. Okay. Gut. Dann hoffe ich, hat es dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn du deinen Freunden den Kanal empfiehlst, falls es dir hier gefällt. Wenn du mir einen Daumen da lässt. Wenn du mir einen Kommentar schreibst. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir auf Facebook folgen würdest. Oder auf Twitter. Oder auf Instagram. Oder überall gleichzeitig. Meinetwegen auch gern auf Twitch folgen. Da gibt es ab und zu mal Livestream. Und ansonsten, jo. Hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, mach's gut, gell. Ciao, ciao und servus. Und Daumen nicht vergessen. Und daumen nicht vergessen.